So, ja, willkommen zu der Criminal Origins in der Burnback Alley. Und wir hatten ja gesagt, wir testen das mal, ob ich von dem Punkt jetzt getroffen werde oder ob ich das irgendwie überlebe. Ja, was ich genau meine, seht ihr gleich. Es war eine ziemlich verzweckte Stelle und zwar, ja, genau hier. Ja, da müsste nämlich ein Typ stehen, da oben oder so, der eigentlich ballert, oder auch nicht. Hallo, was ist denn? Okay, am Ende vom letzten Part stand ja eigentlich ein Typ oben, der, ja, rumgeballert hat, wie bekloppt. Achso. Piss dich. Verpisst euch. Okay, das ist, das ist geil mit dem Müllcontainer hier. Wie so eine kleine Lore. Was ist das? Thomas, ich bin in der Bibliothek. Wo bist du? Rosa, be quiet. Hey, Smithy, Johnson, wait up. Rosa, bist du noch da? Sehr wenige Leute können mir sagen, dass ich zuhören und wegzunehmen. Sorry, ich werde da ein paar Minuten. Sorry, ich habe eine Chance, ich bin nicht hier. Ja, da wären wir doch glatt fast erwischt worden und ja, hätte ich einmal geladen und jetzt weitergespielt. Das Kapitel wäre zu Ende gewesen, aber gut, sei es drum. Scheiß drauf. Aber ein bisschen eine Spannungskurve hochgetrieben. Schafft das, schafft das nicht und wir haben es geschafft. Und weiter geht's. Okay, wo sind wir denn hier? Sieht ja grafisch schon mal sehr interessant aus. Oh, reicheisen. Also hier muss ich sagen, merke ich gerade sehr stark, unterscheidet es sich grafisch, ja, schon mehr von Games wie zum Beispiel 4. Sieht schon cool aus. Das gefällt mir. Das ist ein wunderschönes Spiel. Ein wunderschönes Horrorspiel. Okay, das sieht ja alles sehr schön aus hier. Ich glaube, das war, war das Bibliothek, glaube ich, war das. Wo wir hin mussten. Das scheint dann also der nächste Level zu sein, die Bibliothek. Okay, cool. Main Collection, Main Circulation, Server Room, Reverence, Reverence, Blablabla. Okay. Aufzug, der funktioniert ja, oder funktioniert er nicht? Das Licht brennt schon mal. Ah, cool. Der funktioniert da so. Okay, fangen wir mal mit dem Keller an. What the hell? Wer bist du? Hallo? Die? Ratten. Das ist ja ekelhaft. Ruf doch mal, der Kammerjäger. Da ist Heilung, die spare ich mir mal lieber auch für einen Notfall. Ohne Brecheisen. Was ist das für ein Raum für Facilities? Warum kommt mir gerade Penumbra in den Sinn? Wenn ich das so lese. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich war es auch eine Facility, die gab. Hm. Circulation. Okay, das sieht wiederum nach vier aus. Thomas, Thomas, over here. This might not have been a good idea. Squatters and addicts have moved in. And they don't like company. Come this way. I have something to show you. I used my security clearance to do. A little checking up on you. I found this folder in your supplemental personnel file. Okay, ist das ein neuer Taser? Da hinten? Mhm. Das ist ein neuer Taser. Redaktiv. Redaktiv? Ja, genau wo dein E-Sophagus und Lärings sind. Niemand hat den X-Ray und hat die Notation gezogen. Sie sehen, PR-56. Ein PR-56 ist eine spezielle Anwendung zu einem Personnel-Rekord. Und deinem ist klassifiert, Black. Das ist ziemlich hoch-level Sicherheit. Höchst über dich oder ich. Unsere Regierung ist sehr interessiert in dich. Ich wusste nicht. Nun hast du gesagt. Vielleicht hätte ich dir nicht gesagt, aber da ist es. Oh, und ich habe auch etwas da auf dem Kounter für dich. Popularer Modifikation für den Standard-Taser. Oh, Super-Taser! Geil! Oh, Super-Taser! Oh, was ist das? Oh, okay. Oh, Thomas, du bist okay? Du bist so, dass du jetzt aus dem Korkommst. Komm mal, lass uns das damit weg. Die Vöger suchen, die Schweren auszutauschen. Oder die Manniakken schütteln Dinge. Wir müssen finden einen Terminal, der nicht verhüllt. Hallo. Hallo? Es sieht aus, dass jemand den Kabel in der Kabel gelegt hat. Du schaust dieses Büro. Ich nehme diesen von dort. Schau für einen Computer, der in Arbeitsordnung ist. Nein, war nicht nur Papier, wollte ich gerade sagen. Okay, greift der an oder was macht der? Wow! Wo kommen die plötzlich her? Wow, 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 wow. Wir konnten so was jetzt an. Haben wir erstmal voll mehr live abgezogen. Ich glaube es hackt. Das hier wird doch nicht. Das ist ja eine Frechheit. Das ziehen die wir einfach live ab. Ja, das ist ja furchtbar. Okay, was sollte das jetzt? Ich habe dir gesagt, wir sind alleine. Komm schon, ich habe einen arbeitenden Computer gefunden. Ich finde, der Condemned ist sehr kreativ mit den Nahkampfwaffen. Es ist eine Suchmaschine spezifisch zur Bibliothek. Just type in der Torturer's Name und wir sollten die lateste Info von der lokalen News, auch mit den Anwendungen, die auch mit den Anwendungen zu finden. Verdammt! Kann irgendwas anderes passieren? Wir müssen die Server-Runde finden und die Netzwerke nachher. Das Geräusch gerade gefällt mir gar nicht. Kann ich was benutzen oder was sehe ich gerade so komisch? Ich guck doch gerade so komisch. Irgendwas ist doch hier schon wieder. Hm. Okay, meine Beleitung scheint weg zu sein. Beziehungsweise... Thomas, du hast sicherlich nicht so viel Hilfe, wie ich dachte, du wäre. Ich habe so viel mehr von dir erwartet. Ich dachte... Oh Gott! Rosa! Rosa! Bist du da? Und die Freaks haben anscheinend Rosa in ihrer Gewalt. Nicht gut. Das ist gar nicht gut. Aber so kann ich gleich mal den Super-Tailer testen. Da hinten ist doch wer. Okay, von wo werde ich gleich überrannt? Ich erahne das doch schon, wie er sich irgendwie überrannt werde gleich. Von irgendwem. Beweismittel? Welche Beweismittel? Die Tür. Irgendwas? Hier brauche ich die Axt. Es reicht nur ein kleiner Treffer und ich bin... ...am Arsch! So, Wände mit Augen. Da gibt es immer mal ein Beteilstücke zu finden. Ich behalte den Papierschneider. Hat zwar eine kurze Range, aber er macht... ...ganz guten Schaden. Das ist Rosa. Ich bin aus dem Laben, aber werde ich kurz zurückkommen. In einer emergency, bitte benutze meinen Beweiler-Büro-Cell-Nummer. Jezu. Die persönlichen Beweiler werden beobachten. Ich möchte dich abgehen! Ich will dich abwarten! verstehe der papierschneider schneidet sich durch die gegner habe ich mir doch so gedacht so der typ steht erstmal darum die waren noch einer gewesen darin einfach mal zerschnitten wie man so schön sagt und die zeit sagt mir das war es heute von condemned criminal origins bis zum nächsten mal tschüss leute